Hallo und willkommen zurück. Am Ende der letzten Folge haben unsere Charaktere ja beschlossen, Rosies Lieblingsspielzeug kaputt zu machen, um sie zum Weinen zu bekommen. Ähm, okay, kein Fan von dem Plan, aber ich glaube, uns bleibt nichts anderes übrig. Na, dann schauen wir mal, wie der Plan so aufgeht. Oh, okay. Ja, genau, da geht's nicht lang. Oh, sie liebt wirklich den Elefanten, aber wir müssen später ein Verwaltungen kaufen. Ja, ja, wir müssen einfach ein Verwaltungen kaufen. Oh, wieder kleine Superpowers. Ich dachte, sie hätte den Elefanten ausgeworfen können. Sie hat das, aber sie hat letztendlich wieder gehalten, ich weiß nicht, warum. Okay, well, let's just find it. Elefant wie? Es sind bestimmt ein paar Minigames versteckt. Ah! Ne. Sie verstecken einfach... Ah! Gerade hier ist alles. Sie stehen einfach ein Loch hinter dem Schild. Nicht, ne? Hey, Cody! Over here! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Und auslassen! Okay, ich glaube, ein bisschen weniger Power nächstes Mal. Safe, safe. Aber es wird schon. Kann sein, dass es dort weitergeht. Okay, aber... Sehr unterwohlen, dass irgendetwas wir kennen. Okay, aber... Ich frage jetzt, was passiert. Was ist die Steuerung? Welches Tast muss ich drücken? Oh, okay. Hier geht's! Fuck! So close! Ah! Lucky! No! Er war noch zu stark! Lol! Lucky! Ah! Fast! Ah! Hmmmm... Heeeeee! Heeeeeey! Weeeeee! Hm. Huh! Okay, nein! Huh! Huh! Ich glaub einer muss ja drauf und einer muss den Weg nehmen. Hm. Wollt gucken ob ich in ein Zelt reinpasse. Hehehehe! Hehehehe! Ich hätt's vorher gekonnt, als ich nicht so klinge habe. So. Das hat jetzt fast gebracht, dass du da drüben bist. Ah! Au! Auch! Hm. Hopp! Hopp! Uff! Warte mal, hä? Dann haben wir uns gelb hier machen. Ah! Fuck! Ja! Dann verpüßt sich der andere. Ja, ich dachte es mir schon, aber ich war zu langsam. Ich hab Zeit. Okay. Wenn nicht springen, drückst du den Kopf. Äh, du kannst! Äh, du kannst! Äh, du kannst! Das ist ein bisschen improvisiert bei mir, Dickey! Ich kenne den nicht so zeitlich Dings und ich muss so eine As-Bad machen. Springen, wenn nicht los springen oder so. Ja. Also, zum Beispiel. Okay. Uff. Ne, okay, ich muss, glaube ich, erst springen. Äh, äh. Ah! Kannst du nicht schon mal auf den grünen stehen? Okay, und wenn du jetzt springst... Okay, ja. Und... So. Uff. Nicht so einfach, das Geld. Übel. Bäm! Ta-da! Oh, ich hoffe wir nicht auf irgendwelchen Schwuren. Ja. Vielleicht sind sie so, und wir helfen uns in diesem Welt. Boch, Chance! Ah! Nein! ab nicht natürlich dreht sie sich genau in dem moment wo ich springe nach der zahl immer im wechsel erst die 1 dann die 2 dann die 3 sonst habe ich kein potter wir machen sonst alles gut ich habe nicht gesehen dass es noch ein schwein gibt was war das erste maus der pferd dann noch mal maus jetzt schwein und jetzt bär oder so frosch frosch schwein 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 so schwein schwein geschwein glück schwein 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 Wir müssen es lösen? Ich helfe sie mit der Nacht. Das wird einfach. Okay. Äh... Nein, wir müssen was anderes. Äh... 8 plus 5? Nein. Au! Hä? 17. Äh... Nein. Oh shit, wir haben nur eine kurze Zeit. Äh... Ruf. 8 und 5. Hä? Ja, aber das kannst du ja eigentlich immer einen neuen plus Dings nehmen. Ja. Hallo, Kim? Ah! Ja. Ein Erinnerungsspiel. Nicht meine Strongsuit. Oh nein. Oh nein. Oh! Uff! Äh... Wir haben noch eine begrenzte Anzahl an... ...Drehungen, ne? Oh. Die ganze Zeit hat deine Steuerung angezeigt. Birne? Warte ich... Nein. Ganz von den beiden war es glaube... war die Birne glaube ich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Hier war eine Kirsche und hier war eine Erdbeer. Fünftig, fünftig aus. Ne? Uh! Gerade so. Oh, mehr Mathen! Was? Eins, äh... Warte. Warte. Ich kann... Warte. Einer schiebt und einer malt oder so. Ja, warte. Äh... Ich kann... Ich kann hoch und runter. Das heißt, du musst rechts und links machen. Ah, und ich kann rechts und links. Aber wo war die 1? Wir sind bei der 1. Wir starten bei der 1. Ich muss 2. Ja... Ich will gehen hoch... Runter... 6... 7... Ja... 8... 4... Links, links, links... Warte, was mache ich? Links oder rechts? Ich muss links und rechts. Okay. Nein, äh... Links, links, links. Sehr gerade Linien. Ha! Gut! Äh... Warte, runter, runter. Links, links, links. Wieder links. Rechts. Äh... 24. Ne, ne. Lefbar aus. Hat er den Knopf? Ja, ich glaube schon. Und... Genau! Ja, ja, doch, ja. Sehr präzise. Ja. Ja. Tue ich dir Fußball. Ja, okay. Die... Alter, so viele Games. The fuck? Übel. Und sich alle, die durchdenken, denke ich immer. Ü... Übel. Ja... Ja, sch... Krass. Ach, sag mir nicht, wir müssen mit jedem Spiel spielen, die Rose hat. Labyrinth-Games. All diese sind Spaß. Warum bist du so begeistert? Ja, ich habe sie als Kind lieb. Was? Ich habe sie nie gesehen, wie du sie mit Rose spielst. Natürlich habe ich es. Sie schlägt mich immer wieder. Der geht nicht! Das Ding lässt sich nicht runterdrücken. Hm. Äh. Okay, wir haben ein balanciertes. Und wir brauchen eine Kugel oder so. Nee, die Maus muss da rein. Warte mal hier drüben, können wir mit interagieren. Okay, ähm, du kommst ein bisschen zu mir, genau. Und ich geh schon mal ein bisschen hoch. Dann gehen wir ein bisschen zu dir. Dann gehen wir runter. Und. Tadaa! Neust du das? Ah, jetzt macht es hier drüben hoch. Hm. Okay. Äh, wo ist das andere? Oh! Das ist härter. Huf! Oh! Ah! Ah! Okay, wir können uns das erkleinen lassen. Dann hier Lücken-Guiden. Oh, ich so. Vorsichtig darüber. Oh, die Holzgeräusche sind auch so cool. Nein, nein, nein! Fuck! Sorry! Alles gut. Sehr gut. Hier runter und drüber. Ganz oben. Ganz oben. Das will ich mit sich mit sich mit dem Ruf? Hm? Hm? Ich glaube es noch nicht. Ah, jetzt. Hallo? Hm? 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 Ja, ich kann nicht irgendwas machen. Hm? Genau. Ich kann aus dem Weg. Ich darf dir was drauf. Ich hab die Bock auf Käse. Oh, Käse. Oh, Käse! Oh, was sie kriegt den Käse nicht. Oh, das ist mein Freund. bei den käse geht die baldersaft aus die richtigen sieg und soll es gleichzeitig okay gleichzeitig den faktor schaffen junge das game ist echt herausfordernd ich glaube wir müssen wieder über die schrauben mit dem wir sie reinklopfen so funktionieren schrauben ja ok was habe ich gemacht das ist minus 8 plus 0 50 minus 20 ich habe mich 100 plus 20 minus 8 plus äh minus 5 ok 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 der eine ist zum rüberkommen und der andere ist durchs stern ja ja ich muss mich erstmal hier hoch ich habe einfach nicht den knopf gespammt ok ok jetzt ist das ding hier vorne und jetzt naja ich habe mich wieder weg ich habe mir einfach nicht den knopf gespammt und ich habe das gespammt es kommt so drauf ich habe mich noch nicht hin ok ich habe mich noch nicht hin ich habe mich noch nicht hin und ich habe mich noch nicht hin ein oh Oh Ja also ich wenn alle einmal gehabt haben so schwierig zu sagen was in dem game und gibt das game oder was du gerade gefunden hat ist es hat irgendwas gefunden gehabt also gesagt hat war das nicht der playboy hier habe ich sonst noch die welt gedreht aber nicht genau gesehen was passiert ist es waren keine grünen dinge jetzt hier wahrscheinlich hier kann man zeichnen ich habe rüber gejumpt ne du musst oben den Haken ich weiß aber nicht irgendwas ich mache mache ich hoch und runter äh ja ich habe keine Ahnung ich auch nicht ich auch nicht wir machen mal warte ich cancel wir machen jetzt mal ein Kreis im Uhrzeigersinn ein Kreis okay ja das ist wirklich die Scheiß-Dings-Koordination ja da gibt es bestimmt Leute die ja richtig abgeben irgendwelche kranken Sachen safe aber kannst du theoretisch auch einfach wenn ich jetzt zack mach ich abbrechen jetzt gehe ich hier rüber ja okay theoretisch kannst du halt wenn du eine Million mal hinher gehst auch alleine malen ist das hier drüben? jup na zu früh losgelassen die Zähne runter ist nicht so ein Frosch-Spiel ich kenne es was so ein Krokodil ich sollte mal gucken wo ich hier nicht laufe nicht ich kenne es was du da gerade machst oh ja ja ging einander so und dann bei wem kackt's ab ich schieb's die ganze Zeit zur Seite wenn ich den machen will komm ich ein ich bin jetzt ein nope ich will den hier nehmen oh 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 ich nehme den oh 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 lol Ich fühle mich gut an. Ich weiß, wie man einen Ball baut. Haha, nicht so gut wie ich. Es ist ein Hütter! Space Hütter! Bingo! Das ist richtig! Uff! Übel, uff! Ja! Easy! Big blind! Haha! Boring! Please! Yeah! F***! Cool! No! So ein Schmutzding, Alter! Lustiger Schmutzding! Ah, knapp! Kann man an der Lasche ziehen. Und du auch. Wie viele Bücher, Alter! Sparschwein! Wo ist das Sparschweinchen? Ja, drüben! Ähm... Nach der Münche! Ähm... Nach der Münche! Ah, ich freu dich! Du hast es umgebracht! Sorry! So sehr glücklich und hat den Bauch voll Geld. Ich konnte es nicht so am Leben lassen. Was? Ah, ich freu dich! Einfach... Da drüben ist eine Truhe. Was? Eine Truhe? Oh! Secret! Secret! Das ist eine neue Fähigkeit! Fidget Spinners? Oh! Fidget Spinners? Oh! Oh! In der realen Welt? Yes! Oh yeah! Äh... Was machen wir jetzt? Fliegen, Diggi! Ernsthaft? Ja, aber richtig, Diggi! Wooo! Wuuuuuuu! Iiing! Okay, aber du verlassen damit. Fliegen Sie voll? Waaah! 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 Eine andere Laute! Bisschen rot, dass jetzt auch Recher ist. Ja, fehlt noch grün. Wo ist grün? Da. Okay, ist es gut, oder? Lul. Ich glaube, es ist so gut. Die Geräusche. Der scheint nicht zu weit aus zu sein. Oh, auch noch hinterher ist der Fakur fliegen. All right, ein Obstacle. Ich bin froh, dass du es möchtest. Es war viel von Rose. Sie macht es nicht einfach. Es gibt einen Fidget Spinner nicht. Irgendwie registriert es manchmal. Hallo. Jetzt geht es. Au, nein, Banane. Jetzt bin er das. Mit dem Fidget Spinner. Komm ich außen rum? Komm ich außen rum? Komm ich außen rum? Komm ich außen rum? See, 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 see. Woohoo! I cheer the system. Nein, ich bin ja dann fliegen. Hehehe. 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 Helloooo. Ah, mal auf der Seite. das buch wieder jetzt geht's ab in ein kaleidoskop das könnte spaßig werden im hintergrund steht jetzt schon ein bisschen eine vorschau davon das wird interessant also schaltet nächstes mal wieder ein und bis dann